Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fashion Show. Let's play Call of Duty Ghosts. Und wir sind hier, würde ich sagen, im Stadion immer noch. Ja, auch hier. Ajax. Hm. Aua. Gehen wir da rein. Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da. Nett. Ach, schön, schön, schön. Oh nu, der MK-32-Holo. Präzise Ziel. Wir müssen die Sprengsätze später auslösen. Schick. Ja, also die Waffen sind natürlich immer gut, schön gewesen bei Fallout, äh, bei, ja. Treffer bestätigt. Das hat gesessen. Nein. Konvoi ist weg. Weiter. Ja, egal. Wird schon klappen. Ja, egal. Wird schon klappen. Wie kannst du über slämen? Wird w التي. Sie verlegen Ajax, unser Fenster schließt dich schnell. Wir greifen beim Schlafmaler, da wendest ein Form. So, genial. Ich muss mal gerade was machen. Das musstest du nicht tun Meine Treffsicherheit steigt jetzt Und der westliche während der Fahrer Ja, oh scheiße Alles explodiert Warum fährst du so? Hey, das ist Stadion Aua Was ist das? Michael Bayfilm? Ach ja Ja, sorry Merik Hashtag 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 Es gibt es bestimmt Gibt es bestimmt Aber sowas von gibt es Das bestimmt Ah, die Cine Auf dem S will ich jetzt nicht so haben Das ist nur bei springen So, naja, man kann nicht so viel Oh mein Gott, da wollte ich mir Dann geht mir einfach mal Kacken, dreißig, bisschen Die 115 Ist natürlich nett Aber jetzt nicht so, dass ich Sagen würde Ja, nee Oh Gott, das will Oh Gott, das will Diese Na Was war Camino? Camino, Camino Oh Gott, ich muss mich zurückziehen In diesen Fanladen Würde ich sagen Tja Ich habe Kopfschmerzen Ja, hier kann ich wohl nicht lang Äh, 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 äh Hier ist jemand Ach, das ist der Keegan Von Reloaded oder was Also ein paar Szenegruppen kennt man ja Die sind das Leben ganz bekannt Nee, ich sag Wie hieß diese eine Operation Die damals, äh Der BKA zusammen mit dem FBI Und das war ganz weit Die Große in den Medien Und, äh Wie hieß das denn nochmal? Operation Firestorm? Da verwechsel ich da gerade was Da haben sie einen ganz großen Ring Vor allem Fairlight war es, glaube ich Was sie damals ausgeschaltet haben Oh Nein, AJ hat ganz lange AJ hat ganz lange Sagt er Weißt du Ich sag das nicht Wenn er hier oben wäre Wäre er hier oben Und ich, äh, nicht hier oben Stehst du? Ron Los L.A. Lob AT Ja Schau durchs Scharfschützengewehr Angels Weißt du? Du schießt, wir stürmen rein? Ach du Scheiße Oh, okay Äh, dann weiß ich Wie die sind Äh Ja oh gottes willen wer von denen bin ich blablabla ja brutal naja wahrscheinlich hätte er wer ins blut gefallen denke ich mal erfahrt und daher wir machen so was es ist das scharfschützen wir noch niemand ausgeschaltet hat das scharfschüsse wäre übel ne mit seinem kaliber 50 scheiße san diego tsunami ja ich das gewinn in diesem krieg ist es wichtig spanisch oder portugiesisch zu können das ist auch mega also jetzt nicht so allgemein sondern so als item für manche spieler oder cd multiplayer könnte ich mir auch interessant vorstellen tatsächlich ist natürlich man darf nicht positiver tränen das ist ja wohl trängas ja eigentlich ist ja nicht das schlimme giftgas ist schlimmer der klo oder gefühlt schlimmste senfgas natürlich dieser runde next gen und hält alles aus was war mit munition habe ich noch habe ich noch wollte welche haben hier gebe ich dir bitte jetzt auch welche da schenke ich dir ist auch noch eine kugel da doppelgeschenkt doppelgeschenkt kann man sich aufteilen kistenraum nichts besonderes das ist ja irgendein bildschirm also ist schon ein bildschirm gewesen aber in merik du machst du spielst eigentlich bei den dallas meriks mit ja ich habe es auch festgestellt dass der richtig scheiße war der war mega und wer hat hier die leuchtfackel hingeworfen ja weißt du wie einfach die alpha wand verschwindet ja jeder das licht hat aber nicht vorher gesehen oder wie soll ich das jetzt bitte schön verstehen wäre es nicht ein bisschen knüger kriegen dunkel zu agieren nein nein nicht nur wir warten auf dein zeichen ok 321 zack mit der du überretter das hat natürlich immer was wenn man das so macht das ist immer jedes mal ist das ein erlebnis so zu agieren das ist eh weiß der die ganze zeit gelebt aber bis jetzt ist er tot gut ich dachte ich soll den baseball schläger nehmen ist er gut gemacht aber ihr müsst zurück nach la sofort aber was haben wir denn hier m27 ja wo da sind die lmgs weil wer lädt das nach ja das frage ich mich gerade mal wo sind die lmgs naja stellvoll du kriegst 55 kaliber irgendwie im rücken und überlebst das oh merek den sollte ich vielleicht nicht abschließen ja ich würde sagen rein ne das gute stück ich lass das ne ich lass das lieber ja weißt du alle sind hier am schießen ne ist nichts mit weg zum heli ja ich bin auch auf weg also war es doch gerade direkt vor mir ja wir kriegen nichts ab wir kriegen nichts ab mach ich mach ich keine sorge ja ganz ehrlich ich will echt nicht äh ne geh doch hoch oh tschüss ausreichweite ach nö ach nö ach nö ich habe viele soldaten gesehen die ihre gefallenen geborgen haben aber nicht auf die art wie diese männer die ghosts haben ajax verehrt das genaue gegenteil von dem wie er gestorben sein muss wenn rock ihn getötet hat hat er sich dabei zeit gelassen und jetzt jagt er die ghosts und wieder griff uns die föderation an und wir rannten direkt ins chaos irgendwo irgendwo mitten in diesem gefecht war unser vater wir mussten ihn finden das und ja hier ist ja alles super okay wir treffen uns bei der kommandos etral ich lasse den hund hier der Rest kommt mit mir los gehts ja es ist echt super ja hier ist kaum chaos serjt walter wake oder was jetzt geht es ab ins gefecht wir machen hier alles aus scheiße ja mein gott das ist wie in frankreich also hier erster weltkrieg stellungskrieg würde ich sagen wir werden den strahl nicht verlieren keine sorge das wundert mich gerade ein bisschen dass wir dass die das so schnell verloren haben weil es eigentlich mega zu verteidigen denke ich mir gerade so denke ich natürlich ist jetzt in der französie ist es natürlich schwer zu sagen ich befürchte schlimmstes jahr das war es mit dem gewehr das war mein trommelfeld ich weiß nicht drohen stgm entweder eine anrufe ach so ja gut dass die droht und mega ach du scheiße was ist das ist doch ein hoffnuss oder angriff von denen oder wenn ich jetzt mal so sagen können wir nur verlieren sie nennen das auch kurz hier ist also ganz ehrlich los 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 und rein in die gute stufe kann ich nicht treffen muss ich die menschen erledigen wo auch wenn sie kippen nach vorne ja und dann machen wir in der nächsten folge weiter alles bis dahin und tschüss